Hallo, hier ist Claudia von Claudias Ecke. Ein bisschen verspätet heute. Dafür hoffe ich, klappt alles. Jetzt haben wir endlich schnelleres Internet. Also wir sind eben heute angekommen und dann ist doch wieder irgendwas. Man steckt nie drin. Hoffen wir, dass es klappt. Ich hoffe auch, dass ihr alle da seid und dass ihr alle eure Materialien zusammen habt, damit wir nämlich jetzt starten können. Wenn der Kamera mitschwenken würde, dann zeige ich euch, wir wollen heute so eine Rahmenkarte machen. Das gab es mal bei einem Norddemo-Treffen, hat das vom Stempelkeller Nicole Nodorp gezeigt. Genau. Und das würde ich heute gerne mit euch machen. Ich hoffe, ihr habt Lust dazu. Ich habe mir schon überlegt, ich habe diesmal ein bisschen was vorbereitet, ehrlicherweise. Ich werde so eine Osterkarte machen mit Körbchen und Hase und wie auch immer. Ich hatte ja geschrieben, ihr braucht den Cardstock. Ihr braucht, wie ihr vielleicht hier seht, eine Farbe zum Layern und ihr könnt den Rahmen, also hier diese, ja den Rahmen entweder mit Designerpapier machen oder aber ihr bestempelt das, wie ihr wollt. Hier habe ich jetzt eben die Blume genommen und dann aus dem gleichen Set hier die Blätter. Wenn ihr jetzt noch irgendwie umschwenken wollt, irgendwie was anderes nehmen möchtet, dann husch husch, macht das jetzt fix. Dann würde ich nämlich gleich anfangen. Sind denn schon ein paar da? Ja, Martina, Monika, Anja, Gertraud sagen alle Hallo. Hallo. Prima. Habt ihr alles? Können wir starten? Oder müsst ihr noch einmal schnell umswitchen? Also hier in der Mitte ist halt die Frage, ihr könnt auch, wie es jetzt bei dem Weihnachtspapier mal gab, mit den Häuschen und so. Natürlich kann man auch was ausschneiden oder man kann hier irgendwie ein anderes Bild machen. Ich finde, das sieht ein bisschen edler aus, deswegen würde ich auch ein edleres Motiv nehmen. Ich hatte erst überlegt, dieses Lama da reinzusetzen und habe gedacht, das passt aber vielleicht nicht so gut. Genau. Habt ihr alles? Daumen hoch? Start, klar. Sehr schön. Genau, wie ihr wisst oder wie wir sicherlich viele von euch wissen, wenn ihr fertig seid mit einer, mit den Sachen, dann gebt mir einen lächelnden Smiley einfach und wenn ihr noch Fragen habt, die ich zu schnell bin oder wie auch immer, dann sendet einen Traurigen, dann versucht der Kameramann rauszufinden, was los ist und dann kriegen wir das Problem schon gelöst. Prima. Fangen wir an. Ihr braucht euer Schneidebrett und dann braucht ihr den Cardstock, den ihr für die Karte nehmen möchtet. Ich habe mich für ein österliches Gelb entschieden und das schneidet ihr jetzt auf die Größe. Die Falzen gucken wir mal noch nicht. 28,5 x 14. Das ist leider so breit, dass ihr euch da wirklich einen Cardstock mit zerschneidet, aber so ist es halt. Also einmal 14 cm und einmal 28,5 cm. Den Rest brauchen wir nicht mehr. Den könnt ihr erstmal beiseite legen. Und dann falzt ihr das auf beiden Seiten bei 14 cm. Ja, jetzt habe ich hier das zu weit in der Mitte. Du klebst es hin und ziehst es sofort wieder weg, sodass ich es nicht mehr ran suchen kann. Achso, entschuldige, dann sag doch, du möchtest ran suchen. Also falzen bei 14 cm. Und ich mache das immer so, dass, wenn es auf beiden Seiten sein soll, ich das umdrehe. Und von der anderen Seite, ich könnte jetzt auch bei 14,5 cm falzen, aber sollte ich nicht ordentlich geschnitten haben, sind die beiden Seiten auf jeden Fall gleich. Also 14 cm. So, ich würde jetzt ganz gerne mal den Zettel ran suchen. Sehr gerne. Ja, wenn du kurz stillhalten würdest. Aber natürlich. So, kann weitergehen. Ihr müsst den Kameramann heute unterhalten. Der ist ein wenig müde, weil er gestern so spät bei der Dienstreise gekommen ist. Ansonsten fällt irgendwann das Bild um, dann ist der Kameramann eingeschlafen. Also bohrt ihn ruhig mit Fragen, wenn ihr welche habt. Gut, habt ihr das soweit? So wird das nix ohne Einschlafen hier. Ja, dann berichte ich mal, dass Nicole, Petra und Claudia auch Hallo sagen. Hallo. Und jetzt kommen die ersten Daumen hoch. Sehr gut. Okay. Prima. So, und jetzt, was wir jetzt machen, ist Reihum falzen. Reihum heißt hier, hier, hier und hier. Das ist dann die Vorderseite. Und auf allen Seiten der Vorderseite falzen wir bei 2,5 und 3 cm. Okay? Also, nicht, und auch nur bis hier, bis zu dieser ersten Falz. Nicht bis da. Nur hier vorne. Okay? Ich versuche euch das mal zu zeigen. Wie immer, die kleineren Maße lege ich rechts an. Also, einmal bei 2,5. Das fällt hinterher nicht auf. Ich zeige mir einmal hier. Oder hast du schon wieder ran gesucht? Nein. Also, hier habe ich auch bis zum Rand gefalzt. Und es fällt minimal auf, wenn man es sieht. Wenn man es weiß. Wenn man es nicht weiß, dann wird man es auch nicht sehen. Okay? Also, keine Sorge. Ihr könnt einmal durch falzen. Aber nur hier vorne. Okay? Also, 2,5. Und 3 cm. Und dann dreht ihr das. Legt es wieder bei 2,5 cm an. Und jetzt habt ihr ja dieses schönen Nupsis hier. Und hört kurz vorher auf. Damit ihr auf jeden Fall nicht drüber geht. Weil sonst seht ihr das. Ich glaube, ich habe es hier. Nee, ich habe es hier nicht gemacht. Ansonsten würdet ihr es halt auf dem Rücken sehen. Guckt sich wahrscheinlich auch keiner an. Das waren 2,5. Jetzt kommen 3 cm. Genau. So. Und jetzt wird es ein bisschen trickreicher. Jetzt legt ihr diese Falz. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen. Diese Falz legt ihr jetzt an bei 2,5 cm. So. Und zwar habt ihr hier oben auch nochmal die Maße. Das ist jetzt nicht... Also, es kann sein, dass ihr ein müder neben seid. Aber das ist egal. Also, diese Falz. Hier oben sind 2,5 cm. Und das sind 3 cm. Okay. Ich klappe mal zu. Genau. Wichtig ist, Falz noch nicht schneiden. Mein erstes Exemplar habe ich geschnitten. War dann mäßig begeistert davon. Genau. Und jetzt lege ich eben die Falz eher an den 3 cm an. Okay? Ja. Ich kenne noch dieses Geräusch, wo es krrr macht, aber eigentlich krrr nicht machen sollte. Und die letzte Seite. Jetzt auch wieder gucken, dass ihr am besten ein Stück davor aufhört, dass ihr den Rücken nicht mitfalzt. Und auch wieder bei 3 cm. Dann sollte eure Vorderseite, ich weiß nicht, ich wackele das ein bisschen hin und her, damit ihr das hoffentlich sehen könnt, sollte halt überall so eine Doppellinie sein. Habt ihr das? Oder gibt es dazu Fragen? Daumen hoch. Daumen hoch. Wunderbar. Gut. Jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten, wie ihr weiterarbeitet. Und wir müssen jetzt schneiden, zwei Diagonalen, einmal von hier nach da und von da darüber. Das könnt ihr machen mit dem Schneidbrett. Ich finde aber, also man hat hier so gar keinen Anhaltspunkt, weil ich glaube, die Schneidleiste ist nicht ganz in der Mitte. Und ja. Herr Maria hat krrr gemacht. Entschuldigung, Maria, das war jetzt gemein. Du hast mein tiefstes Mitgefühl, ich weiß, wie sich das anfühlt und noch so andere auch. Von daher. Ja, das passiert. Okay. Ich mache das tatsächlich nicht so gerne, weil mir das zu ungenau ist einfach. Ihr könnt es aber gerne machen. Also wenn ihr sagt, boah, ich kriege das immer genau hin oder ich möchte es damit probieren, macht es gerne. Ich nehme einen Cutter und ein Lineal. Ich mache das klassische, altmodische. Boah, ich werde altmodisch. Ihh. Naja. Und ich hatte mir eigentlich alles hier hingelegt. Also nochmal, wir machen jetzt einen Schnitt und zwar von der äußersten, von dem äußersten Kreuz-Schnitt, wo sich die halt kreuzen. Oh, Himmel. Genau. Bis zu dem anderen Äußersten. Und das gleiche auch in die andere Richtung. Okay? Ich habe heute meine tausend Worte schon gesagt. Ich brauche nicht, also. Ich kriege dann immer Sprachfindungsstörung. Zu viel gesprochen habe. Ihr müsst jetzt einmal meinen Kopf erdulden hier. Ich weiß, das ist jetzt nicht besonders hübsch, aber. Wenn ihr da eine kleine Bogenlampe drin habt, was ich zum Beispiel auch immer gerne mache, ist es nicht so schlimm. Wichtiger ist, dass ihr von Ecke zu Ecke trefft. Okay? Also ich mache beim Lineal auch gerne mal den hier. Also nicht so toll, aber das wird man hinterher nicht sehen. Wenn das zu schlimm ist, könntet ihr hier auch immer noch was dagegen kleben. So, eine Linie habe ich geschafft. Sogar relativ gut. Gucken, ob wir die zweite auch genauso hinkriegen. Alexandra fragt, ob das Video später auch online ist. Natürlich. Du kannst dir das hinterher nochmal angucken. Und Rebecca ist mittlerweile auch wieder da. Ah, hi Rebecca. Sieht das bei euch so aus? Oder ähnlich? Vielleicht habt ihr keinen gelben Karton, sondern andere Farbe. Okay. Bis zur äußeren. Also wirklich, kannst du das sehen hier. Das sind die 3 cm und das sind die 2,5. Und bis zu diesen 2,5 cm musst du den Schnitt ziehen. Ich erkläre auch schon mal, ihr könnt gerne weitermachen. Ich erkläre auch schon mal warum. Weil wir das nämlich jetzt das eine nach innen knicken. Und das andere wieder nach außen. So. Und wenn ihr das nur bis zum ersten macht, dann kriegt ihr das nicht hin. Alles gut. Sehr gut. Prima. Habt ihr das soweit? Das zieht sich nachher, wenn ihr den Karton da reinlegt in der Mitte, dann zieht sich das relativ gut. Ich habe die jetzt auch seit langem mal wieder gemacht und hatte das vergessen. Achso. Cutter und Messer brauchen wir dann nicht mehr. Also Cutter und Schneidmatte. Aber das Schneidkret brauchen wir nachher noch. Einige Daumen hoch. Bei mir ist es noch nicht ganz soweit. Okay. Die, die Daumen hoch haben, können ja schon mal anfangen zu knicken. Wie gesagt, erstmal das komplette Dreieck nach innen. Also an der 2,5 cm Falz. Und dann müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. Das andere Stück wieder zurück. Okay? Ich kann es auch so machen. Eins nach außen. Und eins nach innen. Da befällt mir ein, wir können mal gerade auch hier diese knicken. Denn wenn wir da die Karte erstmal drin haben, dann geht das nicht mehr. Grundsätzlich, wie immer, könnt ihr natürlich die Maße verändern, wie ihr möchtet. Ihr könnt den Rahmen auch tiefer gestalten. Das ist jetzt ein halber Zentimeter nach Adam Riese. Und wenn ihr euch erinnert, das hier ist auch ein halber Zentimeter. So, solltet ihr jetzt sagen, mein Rahmen muss unbedingt ein Zentimeter hoch sein. Dann müsst ihr natürlich zu der Maße, die ihr hier habt oder haben möchtet, noch ein Zentimeter dazu rechnen. Und was ich finde, was man halt beachten muss, wenn man den Rahmen besonders klein gestaltet, also schmal, hat man weniger Platz, dann Grüße drauf zu packen. Also so kleine Grüße gibt es halt nicht ganz so viele. So schön schmale. Anja ist jetzt auch wieder dabei. Sehr gut. Dann würde ich sagen, habt ihr das soweit alle, richtig? So, jetzt kommt nochmal ein trickreicheres Unterfangen. Jetzt braucht ihr wieder euer Schneidbrett. Denn jetzt wollen wir den Rahmen machen. Ich habe den Rahmen jetzt so gemacht, dass ich den wirklich nur aus Flüsterweiß gemacht habe. Wie gesagt, ihr könnt auch gerne Designerpapier nehmen. Und ihr könnt ihn in der Theorie natürlich auch nochmal matten, also nochmal Farbkarton drunter legen. Nur wie gesagt, der Rahmen wird dann immer schmaler und es wird immer schwieriger, etwas zu finden, wie man den gestalten kann. Genau, richtig. Ja, ich nenne euch jetzt die Maße, wenn ich sie finde, genau, für den Rand. Das sind 13,6 x 13,6 cm. Wenn ihr das nochmal matten möchtet, müsstet ihr dann einfach nochmal was abziehen. Okay? Breit. Äh, Flüsterweiß. Jetzt darfst du es krrk machen. Also, es ist auch tatsächlich so, wenn ihr Falzen und schneiden müsst, dann schneidet nach Möglichkeit erst, weil gefalztes zu schneiden ist immer ein bisschen schwieriger und franzt noch eher aus. Genau, und meine Klinge müsste auch mal langsam wieder ersetzt werden. Gut, also das passt. 13,6 x 13,6 und jetzt wird es spaßig. Das geht mit dem Schneidebrett aber relativ gut. Ihr schneidet jetzt 2,2 cm vom Rand und vorsichtig natürlich nicht abschneiden, sonst hätte ich euch gleich ein anderes Maß gegeben. Sondern ihr müsst auch gucken, dass ihr erst bei 2,2 cm anfangt zu schneiden und natürlich auch 2,2 cm aufhört vorher. Ja, 13,6 minus 2,2 sind, ähm, 11,4. Das heißt, ihr legt es jetzt ein, legt es bei 2,2 cm an. Na? Und guckt auch, jetzt habt ihr gleich wieder meinen Kopf da drin, ihr habt ja hier auch die Zentimetermaße. Und setzt bitte nicht genau bei 2,2 an. Ihr könnt lieber mit der Schere hinterher nochmal nacharbeiten, bevor ihr ihr unschöne Schnitte drin habt. Also lieber bei 2,3, 2,4 anfangen. Und dann, was habe ich gesagt, 13,4 hört auch bei 13,4, Entschuldigung, bei 11,2 wieder auf. Den Rest schneiden wir sonst raus oder können wir noch nachträglich machen. Also 11,2. Okay? Verstanden? Ich wiederhole das einfach nochmal. Also, ihr nehmt es. Wenn ihr schon geschnitten habt, super, dann dreht ihr es um. Ansonsten nehmt ihr das, legt es bei 2,2 cm an. Hier habt ihr ja jetzt schon eine Orientierungshilfe. Könnt es da... Fangt immer, wenn ihr das reindrückt, ähm, nehmt die Spitze nicht genau dahin, wo ihr sie haben wollt, sondern lieber ein Stück davor davor und dann könnt ihr nochmal gucken und es nacharbeiten. Und dann wieder bis 11,2 ungefähr. Mit der Schere oder wie auch immer. Jetzt habe ich hier schon irgendwas rumgesaut. Ai, 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 ai. Okay. Klappt das? Habt ihr dazu Fragen? Wenn nicht, mache ich einfach weiter. Und blubber dabei weiter rum. Also, ich lege es wieder bei 2,2 cm an. Ich gucke, dass ich hier ungefähr, ähm, bei dem rauskomme, wo ich angefangen habe. Oh, Himmel noch eins. Mein Messer muss neu. Ich hoffe, euers ist noch besser als meins. Martina fragt nochmal nicht 11,4. Nein, ähm, 11,4 ist ja das genaue Maß. Und damit ihr auf jeden Fall keine unschönen Schnitte habt, würde ich ein Stück eher aufhören. Also, du siehst, dass es noch fest ist hier. Aber, das kann ich gleich mit der Schere rausschneiden. Das sieht man, das sieht man weniger, als wenn du jetzt 11,4 oder 11,5 und du hast hier so einen kleinen Schnitt drin. Deswegen sage ich ein paar Millimeter, ein, zwei Millimeter vorher, Entschuldigung, ein, zwei Millimeter später ansetzen. Also nicht bei 2,2, sondern bei 2,3 oder 2,4. Und ein, zwei Millimeter vorher aufhören. Also nicht bei 11,2, sondern, Entschuldigung, nicht bei 11,4, sondern bei 11,2. Alles klar? Ah, guck mal, hier passt es sogar. Ähm, Zudem kommt eben, dass meine Klinge irgendwie ausgewechselt werden muss und das dann immer mehr ausfranst, wenn ich nur so ein kleines Stück und nicht mit Kraft das Ganze mache. Das ist bei euch vielleicht besser, dass ihr das letzte Stück noch, ähm, ähm, nicht mit der Schere, sondern mit der Klinge ausbessern könnt. Zack. Klappt das bei euch? Auch hier ist es ganz normal, dass es zwischendurch mal vorkommt, dass man vergisst aufzuhören und das einfach bis zum Ende durchzieht. Das ist doof, dann müsst ihr es einfach nochmal machen, aber crämt euch nicht, ihr seid bestimmt nicht die Ersten, denen das passiert. Das Stück, was ihr ausgeschnitten habt, schmeißt bitte nicht weg, das können wir nämlich gebrauchen für, ähm, für die Mitte hier. Das ist noch ein bisschen groß, schneiden wir noch ein Stück kleiner. Weil ich mir überlege, ein anderes zu nehmen, weil meins so ausgepflanzt ist. Ihr müsst jetzt noch nicht mitmachen, ich will nur bei mir einmal gucken, dass ich die Kanten ein bisschen hübscher kriege, ähm, damit ich das gleich schneiden kann. Ja. Okay. Wie weit seid ihr? Einen Daumen hoch. Hey. Und derzeit kann ich hier nochmal ein bisschen fusieren. Wie gesagt, das ist ein bisschen friemelig, aber, ähm, mit dem Schneidbrett geht es wenigstens. Also, ähm, so gern ich das eben mit dem, mit dem Cutter gemacht habe und dem, na, mit meiner Schneidmatte, äh, so ungern würde ich das machen, äh, denn, das wird definitiv schief und krumm werden. Und, ähm, so funktioniert das dann. Ja. Anja hat da eine Frage, da ich Designer Paper benutzt habe, brauche ich in weiß, oder? Ähm, äh, ja, richtig. Richtig. Es sei denn, natürlich kannst du auch jede beliebige andere Farbe nehmen, aber weiß bietet sich einfach an, wenn man da was reinstempeln möchte. Ansonsten hast du auch wieder einen männlichen Gast. Ah. Wieder der Bekannte, der schon mal da war. Hallo Bruderherz. Gut, habt ihr das soweit? Meine Zettel ordnen hier. Ja, daumen hoch. Sehr gut. Ich hoffe, es hat überall einigermaßen geklappt. Ein bisschen Übung braucht man da, aber, ähm, eigentlich klappt das ganz gut. Gut, dann dürft ihr flüsterweise entweder euren Rest oder wie bei Anja mit dem Designerpapier eigentlich ein anderes Stück nehmen und das auf 8,6 mal 8,6 Zentimeter zurechtschneiden. Jetzt hoffe ich, dass ich noch was übrig habe zum Wegschneiden, aber es passt. Oh Mann. Prima. Und das Schneidbrett lasst liegen, ähm, denn das finde ich ganz schön, wenn man das mattet. Man sieht es jetzt nicht, nicht so doll, aber, ähm, das macht halt so einen kleinen, feinen Unterschied. Wenn ihr soweit seid, dann könnt ihr das auf die Maße 8,9 mal 8,9 Zentimeter schneiden. Okay? Und dann habt ihr alle Zutaten, die ihr braucht. Irgendwie sieht das komisch aus. Ah, nein, passt. Wunderbar. Ähm, dann habt ihr alle Zutaten, die ihr braucht, um diese Karte fertig zu gestalten. Das wird dann da reingelegt und das war draufgeklebt. Das machen wir jetzt. Wenn ihr also das alles geschnitten habt, ich lasse das, die Kleber vielleicht doch nochmal drauf, damit ihr das sehen könnt hier. Zumindest mal von diesen beiden Teilen. Dann fange ich jetzt an, meinen Rahmen zu gestalten. Denn, ähm, das ist besser, wenn er fertig ist, ähm, bevor ihr das da draufklebt. Schneidbrett kann weg. Wie gesagt, ich bin gemein, ich habe heute so ein bisschen was für mich schon vorbereitet. Ihr habt immer so tolle Ergebnisse und ich möchte diesmal nichts nachstehen. Genau. Was wollte ich noch gesagt haben? Ja, genau. Ich bin euch noch so viel schuldig und ich habe gedacht, bevor ich jetzt was irgendwie in drei Wochen erst zu Ende basteln kann, bereite ich das lieber so weit vor, dass ich es nachher schon habe. Ich habe mich dazu entschieden, hier als Bordüre quasi die Eier drumherum zu stempeln und, ähm, aber auch einen Gruß dahin zu setzen. Und zwar, kleiner Gruß vom Osterhasen. Ich weiß gar nicht, warum ich das Set erst nicht haben wollte. Im Moment versuchte ich das ständig. Jetzt ist nur die Frage, welche Farbe ich dafür nehme. Lieber Kameramann, ich muss einmal da hin. Du kannst inzwischen ein bisschen Werbung einlenden. Genau. Blende mal Werbung ein. Ich kann auch sagen, dass Monika versucht, dich einzuschleihen, indem sie sagt, dass deine Ergebnisse doch auch toll sind. Das nutzt nichts. Das war ein guter Versuch, aber ich weiß nicht, wie ihr das immer macht. Das sind echt tolle Sachen. Und ich denke mir immer, oh, ihr müsst es so schnell euch entscheiden, was ihr machen wollt. Und ich kriege das nicht hin, aber ihr. So. Genau. Und deswegen habe ich mir heute was ganz Tolles überlegt. Und zwar nämlich, dass ich die hier einfärbe mit den Markern. Das sieht bestimmt gut aus. Brauchen wir einen Moment. Wenn ihr gleich fertig seid mit eurem Arm, dann sagt mir gerne Bescheid. Ihr müsst mir jetzt nicht eine Stunde lang zugucken, wie ich hier... Hatte ich den schon? Nein! Ich glaube schon. Wie ich hier Sachen anmale. Vor allem schläft der Kameramann dann unter Garantie ein. Mal gucken. Ja, wunderbar. Aber das sieht bestimmt witzig aus. Also wie gesagt, Daumen hoch, wenn ihr fertig seid, dann seid ihr erlöst und müsst mir nicht zugucken. Aber es sieht süß aus. Was? Was? Das ist deine Aufgabe hier. Dafür zu sorgen, dass mein Kopf nicht da drin ist. Wahrscheinlich, dass das ganze Daumen hoch sind. Und wenn ihr euch aufhören. Ah, warte. Einen mache ich noch. Nein. Ach so. Wollte gerade sagen. Genau. Also denkt zwischendurch mal dran, dass man ja wunderbar die Sachen anmalen kann mit den Markern. Das sieht immer toll aus. So, jetzt muss ich hier gleich einmal abkleben. Und gerade bei dem Motiv muss man sich noch nicht mal viel Mühe geben, dass man nicht irgendwie an, dass man irgendwo übermalt oder so. Das kann ich ja auch nicht. Okay. Ja. Na. 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 Seid ihr fertig? Nee. Ah. Was habe ich getan? Wenn einer von euch jetzt sogar noch aufpasst und mir sagt, wenn ich hier ein Ei falsch anmale, kriegt die von mir ein Geschenk. Wenn ihr das auch noch hinkriegt, seid ihr echt gut. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich keinen Fehler mache, oder? Sonst muss ich noch ein Geschenk raushauen hier. Richtig? Wie weit seid ihr so? Ich übe schon fürs Alter. Mich alleine unterhalten kann ich schon. Ah. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Das hat keiner gemerkt, oder? Danke, Rebecca. Ich wusste das. Aber ja. Sometimes I do that, but I think here it's not that bad, because it's just a frame. So, it doesn't need to be that much color. So, are you crafting with us? I thought you tell me that it was the wrong color. Okay, ich hab's gleich. Und ihr? Ihr müsst mir jetzt noch zugucken, so lange bis ich das fertig hab, weil ich hab's gleich. Wenn ich dir sage, dass du die falsche Karte nimmst, kriegst du dann auch ein Geschenk? Nein, du bist der Kameramann, du kriegst gar nichts. Du kriegst gar nichts. Du kriegst gar nichts. Wie wär das? Auch keine Schläge. Ah, auch keine Schläge. Heute mal keine Schläge. Wie mache ich das? Ha, tadaa! Entschuldigung, aber ich find's gut. So, ich bin fertig und ihr? Kann zwischen durch ein, zwei Daumen hoch. Prima. Wisst ihr, dass ich immer sage, ich mache meine Stempel nachher sauber? Neulich lagen sie, glaube ich, zwei Tage hier und waren noch nicht sauber. Okay, gut. Wenn ihr das habt, den Rahmen, könnt ihr den beiseite legen oder ihr klebt den schon drauf, wie ihr das gerne möchtet. Und dann könnt ihr eben das mittlere Stück gestalten. Denn, wie gesagt, ich habe hier ein Körbchen und ich habe schon mal einen Hasen vorbereitet, der noch angemalt wird, genauso wie meine Eier, die ich hier dann in das Körbchen reinpacke. Und das mache ich jetzt. Und ihr dürft das machen, was ihr euch ausgedacht habt. Dürft mir nochmal beim Malen zugucken. Hey! Yeah! Passt da noch eins rein? So. Ach, das sieht doch gut aus. Einverstanden? Mit dem Säuberungskissen geht was? Ich habe hier gerade mal gelöscht. Deine Stempel sauber machen, dass sie nicht zwei Tage hier rumliegen unter deinem ganzen Müll. Pscht! Pscht! Ja, ich weiß. Aber dann müsste ich das denn... Ich habe hier sowieso so viel rumfliegen. Deswegen ist das ein bisschen doof. Aber vielen Dank für den konstruktiven Hinweis. Möchtest du nochmal mitbasteln? Ich kriege sowieso immer Mecker, wie das hier aussieht. Ob ich nicht noch mehr aufräumen möchte, bevor ihr hier zuguckt. Ja. Dafür nehme ich jetzt die Aquarellstifte. Weil das einfach so schön gleichmäßig dann wird, das Ergebnis. Mit den Markern geht es längst nicht so schön. Du sollst übrigens das Körbchen weiter runter machen. Welches Körbchen? Wo? Auf der Karte. Ach so, hier? Ja. Wer war das? Sag ich nicht. Das kann ich hinterher nachverfolgen. Ich gucke mir eure Kommentare hinterher nochmal an. Okay. Ihr könnt ja, wenn ihr gleich mal Zeit habt und keine Lust mehr habt, mir beim Malen zuzugucken, sagen, schon mal vorab, was ihr da reingemacht habt. Also, was ihr stempelt, malt. Mein Hase kriegt immer ein rosa Näschen, auch wenn man das eigentlich gar nicht sieht. Und aus irgendeinem Grund kriegt er immer ein lila Schleifchen. So ein Himbeerschleifchen. Aber das finde ich niedlich. Anja sagt, dass sie auch Aquarellstifte benutzt, aber du sollst dich lieber überraschen lassen, was sie macht. Na gut. Ein Ei habe ich schon. Ey. Und Gertrud bastelt was für Ehemann. Ah, hat er Geburtstag? Oder ist das einfach nur ein liebes, nettes Exemplar und hat das verdient? Sowas soll es geben. Ich gucke jetzt hier keinen an. Ich habe davon schon mal irgendwo gehört, aber ich glaube, es ist irgendwie nicht wirklich so. Ein Mythos. Genau, das ist wie der Yeti. Ah, meine Eier werden irgendwie komisch bunt. Ne, der Mann von Gertrud kriegt einfach so Karten. Ha. 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 Das kannst du doch nicht sagen. So, während ihr fleißig stempelt, wie gesagt, male ich ein bisschen. Wobei mich ja jetzt schon interessiert, was Anita ausmalt mit den Aquarellstiften. Und dann auch noch so gemein sein. Aber nicht Anita gesagt. Ich habe Anja gesagt. Ach, Anja. Entschuldigung. Anita musste sich heute wegen Verbindungsproblemen irgendwann verabschieden. Ah. Ja, das tut mir leid. Ich und meine Namens... Du musst auch zuhören, Christiane Schmidt. Ja, ja, ja. Das ist gar nicht so einfach. Hier sitzen. Den ganzen Tag oder die ganze Zeit rumblubbern. Dann noch versuchen, das richtig zu machen. Oh. Und gut auszusehen. Das ist wichtig. Das ist also... Hölle. So. Ich habe es gleich. Yeah. Ich hatte auch schon den Bestiff hier liegen. In meinem geordneten Raum hier. Das ist Anja auch schon bei den Mischstiften. Oder noch im Malen. Ich finde es immer wieder klasse bei den Mischstiften, wie die Linien verschwinden. Und das aussieht, als ob man total gleichmäßig gemalt hat. Als ob ich das könnte. Ja, Anja ist auch schon bei den Mischstiften. Sehr schön. Ist schon jemand fertig? Und total gelangweilt? Eigentlich guckt schon keiner mehr zu. Das sage ich nicht. Oh mein Gott. Das Video wird total toll, um das hinterher anzugucken. Mir zuzugucken, wie ich irgendwas anmale. Ey. Naja. Da müssen die durch. Da muss ich... Wo mir wieder einfällt, dass ich ja gesagt bekommen habe, ich soll sie im Nachhinein beschneiden. Die Filme. Aber... Dann wäre es ja nicht mehr live. Ja, vor allen Dingen wäre es ja nicht mehr so lustig. So. Ha. Fertig. Also. Wer auch immer das gesagt hat, wo soll ich mein Körbchen... Also ich habe gedacht, dass ich das so ein bisschen schrie... Oh nein. Ich bin noch gar nicht fertig. Das ist Cindy Clark und sie fragt, woher du bist. Ich bin aus Deutschland. Und du? Are you a crafter? She's finished. Finished. Haha. Ner habe ich dran. Auto correction, armor ich nicht engagier. Hm ich bin. Niinhal. ρα. from Texas okay so what time is it in Texas now I think it should be early in the morning or lunchtime not sure neither so are you a crafter too crafter do you say crafter okay wer auch immer gesagt hat wo mein körper hin soll ist das so okay so it's it's nine yes it's almost half past nine oh really in the evening miss 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 falsche Farbe so ungefähr das ich lache nicht so ungefähr einverstanden damit wunderbar gut ich würde vorschlagen wir setzen das zusammen und das mache ich gleich tatsächlich dann noch in Ruhe habt ihr euer soweit gestempelt ganz viele Herzchen und Daumen hoch sehr gut okay prima dann machen wir jetzt einfach weiter ich habe ja schon gesagt aus irgendeinem Grund benutze ich in letzter Zeit Flüssigkleber wir kleben jetzt den Rahmen auf die Karte ihr müsst ein bisschen gucken normalerweise hat man nie ganz gerade irgendwie geschnitten dass ihr das so hinbekommt dass es möglichst gut aussieht wie immer es ist handgebastelt also darf das auch ein bisschen schief sein und achtet darauf in welche Richtung die Karte aufgeht und wo euer groß ist so ich muss noch mal meinen Kopf hier Entschuldigung so würde ich mal behaupten passt das ungefähr was Cindy just told that she could listen the whole day to your beautiful language I like Spanish the most as a language das haben wir oder ihr ich jetzt würde ich erst das Weiße oder was auch immer ihr bestempelt habt auf das Grüne draufpacken. Okay. Na, Grün. Was auch immer ihr gewählt habt. Bei mir ist es halt das Weiße aus Grüne. Da ist es jetzt erstmal egal. Hauptsächlich klebt es dann richtig rein. Hier habe ich jetzt habe mir das erstmal wieder flach hingelegt und habe doppelseitiges Klebeband genommen und habe hier an den Rand jeweils einen Klebestreifen gemacht und einmal wie so ein T-Stück dann halt noch in die Mitte. Das geht bestimmt auch mit Flüssigkleber. Aber ich wollte nicht, dass es hinten raus süfft. Und habe mich deswegen dafür entschieden. So, Cindy, are you crafting with us oder are you just watching? I think she has finished her crafting. Ah, okay, because... And she is from the Stampin' Up Demo Group. Ah, I'm crafting every two weeks live on Facebook. So, feel free to craft with us in two weeks. Ah, das war mein Finger. Entschuldigung. Vielleicht kann ja jemand den Notarzt rufen. Genau. Oh, Cindy ist just watching. Okay. Und ich denke, listening to you. Beautiful. Yeah, thank you so much. We've been to Los Angeles last year, so that's not really near to you, but it's the States. we had a wonderful vacation there. Okay. Okay, ich sehe schon, wenn mein Kameramann nicht einschläft, dann seid ihr das heute. Tut mir leid. Klebt euch das schon? Ihr kriegt von mir einen Daumen hoch, wenn ich fertig bin. Okay, jetzt noch am besten eine Seite halt wirklich an den Rand legen, weil ihr wollt ja, dass das quasi in der Falz liegt. Jetzt klicke ich das doch nochmal wieder in die Richtung hier. Also ihr wollt nicht, dass es, ihr wollt möglichst, dass es 90 Grad sind. Und deswegen gucken, dass es halt wirklich da eng anliegt. Aber das sieht ganz gut aus. Zumindest mal bei mir. Wie sieht es bei euch aus? Klappt das? Habt ihr Fragen? Gertraud ist fertig. Juhu! Sehr schön. Wie gesagt, das mache ich gleich und dann, das mache ich wirklich gleich. Ganz versprochen. Und dann poste ich das hier drunter. Und, ähm, ihr auf jeden Fall auch. Und ich werde das auch wieder auf meinem Blog posten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das auf euren Blogs postet. Wenn ihr mir Bescheid sagt. Franja, ich habe das Kleben nicht ganz. Welche Falz meinst du? Ah, okay, Moment. Ähm, nochmal zurück. Ähm, die zweite. Also du hast ja die erste, hast du hier umgeknickt. Und in der zweiten muss es drin liegen quasi. Wie so ein Korb, wie eine Halterung. Verstehst du, was ich meine? Ich kann so eine Ecke da irgendwie deutlicher zeigen, dass man sieht, dass es da in der zweiten Falz liegt. Alles klar? Also im Idealfall geht es halt 90 Grad in die Richtung und 90 Grad in die. Und dann müsste es wirklich an der Kante, muss es dran liegen. Ja, nee, das passt nicht. Warum nicht? Hast du vielleicht die falsche Maße geschnitten? Eigentlich müsste es, ähm, ja, perfekt. So perfekt, wie es halt geht, passen. Jetzt fäng ich da schon mal an zu kleben. Was? Das farbige 8,9, weiß 8,6. Genau, das passt nicht. Hast du den Rand richtig? Sind das 2,2 Zentimeter? Das ist das 3,2 Zentimeter. Nicht optimal, aber es klebt jetzt. Das ist das Ergebnis, das ich hören möchte. Prima. Na gut, wie gesagt, dann klebe ich meine Eier hier gleich fertig und mein Haar sie. Und dann bin ich gespannt auf eure Ergebnisse und würde mich, wie gesagt, freuen, wenn ihr die zum einen da drunter postet und wenn ihr das auf eurem Blog veröffentlicht, mir das auch mitteilt, dann würde ich verlinken zu euch. Gut, ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen und euch hat das Spaß gemacht. Und lasst mir vielleicht auch noch ein Like oder eine Bewertung da. Und dann, falls ihr noch Fragen habt, wie immer gerne da drunter. Wir fahren wahrscheinlich gleich todmüll ins Bett, aber dann beantworte ich sie morgen, übermorgen. Ich kriege eine Antwort. Und wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Das war's. Tschüss, schönen Abend.